Auch mit der Option Medien ersetzen kommt eine sehr praktische Neuerung in Camtasia 2020. Dieses Werkzeug erleichtert das Arbeiten auf der Timeline. Man kann nun Medien untereinander austauschen. Per Drag & Drop zieht man das gewünschte Material auf den zu ersetzenden Clip. Dabei bleiben die Eigenschaften des ersetzten Clips nach Möglichkeit erhalten. Besonders daran ist, dass man nun beliebige Medien untereinander vertauschen kann. Zum Beispiel ein Video durch ein Callout. Bei vergleichbaren Arbeitsschritten lässt sich mit diesem neuen Feature viel Zeit sparen. Auch mit dieser Neuerung in Camtasia 2020 wünsche ich Ihnen viel Spaß. mit dieser Neuungen für zwei Prozent des Einenes Jetz. Auch mit dieser Neuungen odermoment des Einenes Jetz nennt. Rση Ethereum